ein herzerfrischendes moin moin und herzlich willkommen zurück zur Overwatch später mit Nephias. Hallo. Gegnerteam ist Gandalf, deswegen bin ich so ein bisschen der Gandalf. Was man zusammenbauen kann. Obwohl, warte mal, ich spiel Soldier wieder. Ich geh bestimmt schon Leuten irgendwie auf dem Sack, dass ich ständig Soldier spiel, aber ich find den manchmal schon sehr cool. Vielleicht weil er halt so ein Easy-Char ist und ich mit dem mal was reiße. Meine Freundin hat ja letztes Overwatch gespielt, die hat Junkred. Die mag Junkred. Aber Junkred ist auch so ein... Ich find Junkred ist so ein Charakter, mit dem kann man gut anfangen. Tulje ist, glaub ich, mit dem die meisten anfangen. Ja, 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 ist auch. Aber Junkred find ich auch, weil mit Junkred musst du halt nur in die Richtung halten und triffst halt und hast Erfolgserlebnisse. Das war... Und mit Soldier musst du ja schon ein bisschen zielen, so. Also du möchtest sagen, dass deine Freundin einfach nur Erfolgserlebnisse braucht, oder? Ja klar brauchst du das. Sonst verliert die ganz schön Interesse an Spielen. Hallo, du. Find ich, also hab ich so das Gefühl. Ich muss weg da, der Ding. Ah, von hinten. Kommt noch ein Reiniger Reinhardt. Ah, was? Hab ich Gandalf gemacht? Spoiler, Gandalf stirbt. Und äh... Nein, Gandalf stirbt nicht! Nein! Dumbledore stirbt. Gandalf auch. Der fällt doch vom Berg, oder nicht? Vom Balrog, ja. Hä? 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 Hä Das gibt ja auch, ne? Dumbledore stirbt nicht. Wieso, wieso, hallo? Was ist hier? Achso, ich dachte gerade, der Punkt wird eingenommen. Das sah gerade bei mir so aus, weil der Todeskringel, je lange einer tot ist, noch um den Char herum war. Und das war halt genau über den Spot und dann sah das aus wie der Spot gerade. Wo ist er hin? Also wenn ihr jemals Torbjorn spielt, dann seid nicht so ein hässlicher Torbjorn, die die ganze Zeit hinter dem Tower steht. Das bringt nämlich nicht so viel. Ja, ihr müsst Torbjorn aggressiv spielen. Wieso, bist du so einer? Ne, ne. Was macht da der Rotog, der chillt? Rotog verloren ist nicht so geil. Ne, das ist echt nicht cool. Ich bin auch kein guter Soldier. Der Spoiler von Gandalf stirbt, der hat mich ein bisschen aus den Schuhen gehauen. Muss! Achso, okay, nice. So, da haben wir eine halbe Minute. Ah, ich hab meine Mine versaut, ey. Eine halbe Minute haben wir, warum macht er die jetzt? War ganz gut, die stehen ja alle draußen. Achso. Oh, Tracer. Oh, Rotog. Weil du so fett bist, hab ich die nicht gesehen. Dafür hat er jetzt das Ding abgewählt. Ja, das ist okay. Rotog lebt auch noch. Die kommen alle von dem kleinen Gang hier. Ja, die kommen alle von hier. Hier, Heilung. Dein Turm ist weg. Jetzt kommen sie von rechts. Oh Gott. Hau ab! Oh, die Tracer wollte mir echt auf den Sack gehen. Da oben ist ein Hanso. Nice. Okay. Jetzt erstmal wieder auf Stufe 2 kriegen hier den Tower. Oh. Pass auf, Tracer. Oh, war fast down. Und dann hat sie eh gedrückt. Nice move von der Tracer. Heiho. Heiho. Das singt ja auch, ne? Der Variere macht mich froh. Hinter uns ist irgendwo einer. Dein Turm hat nach hinten geschossen. Ja, Tracer ist hinten. Turm hat es wieder gut. Das, die hat sich Heilung geholt. Scheiße. Ich hab gegen die Tracer verloren. Die ist auf dem Spot jetzt. Mein Geschüß. Mein Geschüß. Ah, die haben einen Roadhog jetzt, ey. Scheiße. Ah, die hatten sie ganz Zeit, ne? Ne, den Reinhard hatten sie. Du machst mal Pause. Du machst mal Pause. Hat nicht geklappt. Oh, Tracer? Boah, die geht mir so auf den Sack. Oh, Rotok ist down. Oh, Tracer ist endlich weg, Alter. Boah, war das ein Stress, ey. Wo ist denn da noch einer? Ist da im Raum noch einer? Weil sie da alle reingehen. Er war gerade eben einer. Das haben wir auch noch ganz gut verteidigt. Boah, die waren gerade alle aufs Spot. Das ging ganz schön auf den Sack jetzt. Oh, da kommt ein Tracer schon wieder. Nein! Ich bin tot. Doch nicht. Okay. Nein, jetzt bin ich tot. Doch nicht. Mach doch mal deine Dinger wahr. Warum haut ihr denn alle eure Ultis raus jetzt? Weil ich die ein bisschen abfacken wollte und das hat auch geklappt. Der Rotor kommt von dem kleinen Gang an der Seite. Der DJ, der gute Laune gefällt. Oh, der Soldier, der feindlich hat seine Ulti. Solange sie es nicht rauspatchen, kann man das ja auch ankündigen. Oh, die Tracer ist wieder angegangen. Gandalf ist tot. Endlich. Nein! Die hat mich tatsächlich gemacht, die doofe Kuh. Boah, Tracer kann auch viel zu viel schießen, finde ich. Und die lädt so schnell nach, finde ich. Aber der kann so eigentlich wie die Diva durchgängig unendlich lange schießen. Ah, das ist seine Ulti. Ich sag doch, der hat sie. Oh nein. Hat er aber auch die Ulti vom Soldier. Oh, und McQueen hat auch eine. Nice! Und dann kommt... Ah, jetzt haben sie gewonnen, oder? Jetzt haben sie alle erwischt. Ah, es sind noch drei da. Alter. Sechs auf den Punkt, ey. Alter. Nein, 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 nein. Okay, da hatte ich keine Chance. Nee, keine Chance. Ich kann da auch nicht rein, ey. Obwohl ich noch geschmolzene Kerne habe. Ja, McQueen, musst du dir gönnen, ne? Oh, Mann. Der Benjam. Benjam. Ah. Ja. Oh. Und alle stehen... Oh. Scheiße. Ja, nur ich nicht. Hab die Fahne noch hochgehalten. Die Fahne. Hakentreffer, 70%. Nice. Komm, gib Roadhog einen Coin, ey. Roadhog, wir sind zu sechst. Hey. Wollen die nicht. Gönnen sie nicht. Das gönnen sie nicht. Oder zwei Level. Können wir doch ein Case Opening machen. Die Case Openings. Ankunft am Watchpoint, die Breite. Oh, Ausstellung nicht mehr gehabt. Bestimmt wieder Verteidiger, ey. Angriff. Machen Sie sich bereit zum Ende. Sehr gut. Man merkt, dass du dein PC jetzt aufgerüstet hast, ey. Warum? Weil du dann immer schon früher drin bist als ich. Hä? 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 Ich hätte jetzt, wenn der Benjam geschrieben hätte, tank please, hätte ich ihn gehauen. Genji, ey. Genji, du siehst gesund aus. Was war das denn für ein Emote? Sie hat voll das krasse Emote mit den Flügeln. Voll hübsch. Warte mal. Das ist schon cool. Ich bin es leid zu warten. Ihr habt es so gewollt. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Drei, zwei, eins, andere beginnt. Steht ein Sniper. Und ein Affe. Alter. Corbin, bist du jetzt down? Ja, jetzt ist er down. Da unten steht die Sniperfrau. Sniperfrau ist weg. Ist sie down? Ja. Da ist noch ein McCree. Kommt runter, der McCree ist unten im Raum. Steht links um die Ecke. Mace down, links ist McCree. Ist jetzt auch down. Okay, jetzt schieben, schieben, schieben. Irgendwo ist noch ein Sniper, habe ich gehört. Affe und Dings kommen. Junker ist auch dabei. Oh, sie ist eine Sniperlady. Oh, sie ist eine Sniperlady. Oh, sie ist ein Sniperlady. Oh, sie ist ein Sniperlady. Ich schlinde, sich um einen Halt. Hey, wenn ich sterbe. Für dich, du. Ich kann dich, du? Hooray! Hanzo und ich sniper'n uns gerade! Jetzt rennen sie eh weg! Jetzt nicht mehr! Da ist ne Symmetra, die müsst ihr mal weg! Ist weg, okay! Und Goro sieht die nur so umfallen! Ja, dann war sie weg! Oh nein, geh aus dem Eis raus! Bist du raus, oder? Jaja, ich hab sie getötet! Hinter dir ist ne Affe! What? Komm jetzt down! Jawoll! Die Feinde von Talon werden fallen! Die Feinde von Talon werden fallen! Komm weg! Ich hab's dem etwa gemacht! Chavis? Yes! Okay, nice! Der ist für mein Fan! Also das mit den zwei Snipern gerade ist richtig nice! Weil einer geht links, einer geht rechts! Das ist schon ganz cool gerade! Affe, hau ab! Nein! Der Affe hat mich gemacht! Aber nur weil ich nicht mal genug HP hatte! Aber wir schieben ganz solide, also! Ganz sehr solide! Solide Geschichte, ja! Selbstzerstörungssequenz kann eingeleitet werden! Okay, Goro, bye! Oh, der Affe! So schnell ist unsere Fracht noch nicht weggekommen irgendwann, ne? Komm, der Affe ist schon jetzt down! Wo ist er? Nach drin gelaufen, deswegen hab ich ihn nicht mehr verfolgt! Wo ist meine Mercy? Scheiße! 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 Ich hab meine Ulti aber ready! McQueen steht oben rechts irgendwo in der Ecke! Boah, die sind alle so verteilt! Ich kann meine Ulti nicht setzen! Scheiße! Frag mal! Frag mal, ob die sich zusammenstellen! Feindlicher Teleporter! Zerstört! Jetzt muss ich nochmal auf die Widow-Ulti warten, damit ich mein Dings mal ordentlich setzen kann! Ich bin wieder da! Ich würd meine Ulti schon ganz nice setzen wollen! Da war ne Widow, ich hab sie genau gesehen! Jetzt ist er weggesprungen! Ich bin nur auf deren Mercy gegangen, aber... Ich hab McQueen mal runtergejagt! Das war mein erster Tod im Übrigen! Meiner von ihnen auch, glaub ich! Und weißt du, wie Diva das sagt? Sie sagt, sorry, hatte leck! Danke, der McQueen musst du jetzt verrecken! Die wollen sie übers Haus backen! Oh fuck! Meine Mercy! Nein, der Soldier hat mich gemacht! Ich bin übers Haus gefallen und dachte mir so, scheiße! Und dann stein ich in der Base! Red Spy in der Base! Yes! Okay, pass auf! Okay, warte mal! Oh fuck, 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 fuck! Ah, ich muss mich anders hinstellen! So! Das ist sehr gut, dann kann man nochmal schieben! Was? Da oben! Er hat nichts mitgemacht! Ich stand gar nicht in seinem Sichtfeld! Ist er down? Oh doch, ich stand voll in seinem Sichtfeld, okay! Aber ist er down? Ne, er lebt noch! Wie sein FOV, wie breit sein FOV ist, Alter! Das ist ja richtig krass! Mir stirbt keiner weg! Mir stirbt keiner weg! Der Kackaffe, ey! Dreck, ich hatte gerade mein Dings! Oh, Soldier, das war knapp! Und jetzt macht doch mal einer Soldier! Wieso greift keiner Soldier an? Der läuft da zwischen euch rum! Leute! Ich verstehe die Leute nicht! Es ist unglaublich! Wie kann ein Gegner so lange zwischen den Leuten herrennen? Geht man ja immer wieder! Da kommt der Drache! Geflogen! Oh, der Affe! Oh nein! Er ist hinter uns! Er ist hinter uns! Ach, scheiße! Affe dreht wieder durch! Er ist hinter uns gelaufen, ey! Er ist hinter uns gelaufen, ey! Oh, könnte Play of the Game von Soldier gewesen sein? Group up! Going as group! Okay! Group up, ja! Ich versuch's ja die ganze Zeit! Ich versuch ja hier was zu reißen! Wow! Warum haben wir denn... Achso, ich dachte... Warum hatten wir denn Bess... Äh, den Bess schon eben? Alter, es gibt's nicht! Der Soldier geht mir auch für Eier, Alter! Ich hab dich mal gerettet! Wie mehr, wenn ich... Wie mehr, wenn ich Diva sehe, krieg ich Lust auf Koreanisch! Komm, er ist fast down! Ach, schon wieder seine Ulti! Es gibt's nicht! Ja! 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 Und trotzdem kommt sie so schnell weg! Oh! 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 Schon wieder? Haben die zwei Soldier? Ach, die haben zwei! Ach, Mann ey! Deswegen haben die auch ihre scheiß Ulti so oft! Die ist so gut in dem Bereich, die scheiß Soldier! Oh, der hat Play of the Game, der hat fünf Kills gemacht oder so! Die war, ne? Nee, der Soldier! Ach so! Der hat voll abgesnackt! Alter! Danke! Boah! Hammer! Hahaha! Soldier ist gleich weg! Ich hab irgendwie das Gefühl, der Affe kann gleich nochmal seine Ulti machen! Der hat schon wieder seine Ulti, der Soldier! Das gibt es nicht! Das ist so eher ein Diva-Switch-to-Reinhardt! Warum? Der könnte mich von meiner Mission abbringen! Bringt ja auch nix! Dann gehen sie halt hinter Reinhardt und killen nicht! Der Soldier kommt doch die ganze Zeit von hinten! Das ist das Problem! Der stellt sich immer hinter uns mit seiner Ulti! Und ballert alle von hinten ab! Wir schieben gerade! Ich glaub wir gewinnen gerade! Ja, geht doch! Ah! Diva war besser! Weil Diva kann doch die Ulti von Soldier fressen! Ja! Viel besser! Oh! Ich hätte ja gesagt, dass der Soldier es gemacht hat! Weil der Soldier hat ein richtig krasses Game gehabt eigentlich! Oder reingesprungen! Also er hat quasi gemacht, dass wir jetzt fertig schieben können! Okay, deswegen hat er Play of the Game bekommen! Ja! Weil Play of the Game ist ja so geregelt, dass es der Siegentscheidung irgendwie hilft! Hier, du hast am meisten geschoben! Ah! Wow! War's das? Ja, war's schon, ne? Ja, das war's! Ja! Hä.. Leute vielen Dank fürs Zusehen! Bis zum nächsten Mal bei Overwatch! Haut rein! Tschuu! Level up. Level up.